So, meine liebe Freunde, am 9. Februar 2022, Fahrtechnik ÖNTC. Dritter Tag, Übung beginnen. 14.30 Uhr, 133 Minuten, wir haben Zeit. 153 Minuten, wir haben Zeit. 153 Minuten, wir haben Zeit. Ja, immer bleibst du in deiner Spur. Stopptafel rechts bitte. Jetzt über gerade oder? Rechts, rechts. Hier hoch oder? Geradeaus. Da werden wir mal runter später. 50er Tafel. Zebra. Keiner kommt. 30er Tafel. Gegenverkehrt hat Vorrang. Keiner kommt. Vorsicht. So, jetzt schön Vorsicht. Geradeaus. Wir sind bald in Münich-Kirchen. Heute geht's wunderschöner weg jetzt im Übieren. So, fahrst du mich zum Ampel. Gerade rechts oder links? Rechts fahrst du bei Ampel. Ampel rot. Sehr gut. So, gelb. Vorsicht. Richtig. Großer Gleisverkehr. Hier. Keiner kommt. Kreisverkehr. Verlassen. Erst der Abfahrt rechts. So. Geradeaus. So. Rechtsabbieg. Rechtsabbieg. Ach ja. Rechtsabbieg. Hinauf. Magst du von hier starten. Von hier einmal nur. Okay. wartest du wie die obere bmw verlasst seine kurve so bieteschön richtig weiter 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 schön gemütlich wir sind am hügel oben aussieht ist wunderbar achtung 15 prozent wir fallen runter sehr gut Katzensteine gut für die Hühner das magst du keiner kommt richtig blinken richtig geradeaus der zweite abfahr links zum ampel bitte abwarten warum will der links biegen wenn rechts gibt es nur straße links gibt es nicht mein freund macht er nicht übung mag meister rechts biegen bitte ok nur beruhigen ampel ist noch grün jetzt schon nicht mehr ok ok es war es war noch blinkende grün links biegen bitte links halten keiner kommt blinken nicht vergessen es ist schon bevor steht schon bei kreuzung du musst entscheiden mit blinken noch einmal so wir sind wieder am selben weg 50 30 da steht er da steht bei ezekrai jemand bitte durch lassen danke schön überquert 30er-Zone, Gegenverkehr hat Vorrang. Unser Vito-Freund ist wieder da und wir sind bald wieder in Münichkirchen, Achtung, Vorsicht, es ist wirklich Vorsicht, Kurve muss wirklich behalten, ganz rechts, ja, heute gibt es viele, viele Übungspartner, ja, richtig. Bis zum Ampel und geradeaus, geradeaus, nach Ampel, stopp, in diesem Moment muss immer Achtung, nicht auf Ampel, sondern Achtung, Ampel auch, aber die vordere Auto, ja, stopp, für dich ist schon zu spät, so, gelb, grün, gerade durch, nächste Kreuzung, links, bitte, Achtung, rechts geht, links, so, machst du bitte, gerade, richtig, da links, 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 ach so, fahrst du hier rechts und dann mag mal Platz wechseln, Auto besser festigen, stopp, und dann, tatsächlich, bis zum Ampel und bis zum Ampel, schnell, oben, bei dem Rettungsgeräusch, bis zum Ampel, aus derhen, auf derhen DER, bis zum Ampel, sch Was ist das? Oh! Hehehe As you can't you can't do aет I'm afraid you stay So I'm timet I just keep That's letting Heokk LP Long H got Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommt die Getschung. Perfekt. Sieht schon gleich runter, noch niemand. Aber wenn du rostenierend machst, vergisst anhalten und die Konflikte lösen. Also praktisch diejenige muss rückwärts fahren eigentlich. Jetzt kann ich eigentlich schon dritter Gang eigentlich. Nein, 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 nein. Schade, hier springst du in der Zone. Tun wir mal so, als würde da jemand stehen. Ja, genau. Richtig. Bitte schön. Danke schön. Wiedersehen. Leg mich auf. Und ich dich auch. Mama, du kannst dich auch raussteigen und dort stehen. Ja. Und dann bin ich Palatschinka, morgen muss ich arbeiten gehen. Okay, schön langsam. Ihr habt Ferien und... Jetzt fahren wir zu kleinen Högl. Über grossen Kreisverkehr. Also hier. Einfach bei Hälfte anhalten und dann bremsen. Und dann mit der ersten Gang schön langsam hinauf. Ihr habt gut zu reden, ihr habt ja frei. Ich muss arbeiten gehen. Und dann mit dem Hotel von Schule. Was dran? So. Geradeaus. So und ich habe wie dieser weiße Merze das fahren in diese Richtung. und dann mit dem Hotel von Schule. Ich probiere nicht trotzdem noch zu schauen. Du machst jetzt Klinkel, dann die andere Wäschung wirst du nach rechts und kannst weiter gegenwärten. So, pass auf. Jetzt wir machen es nur noch. Da ist noch engere. Nein, nein, da fährst du. Engere ist die Gummihose. So, passt. Stopp, stopp. So, jetzt musst du spüren, spüren. Erster Gang und schön langsam. Okay. So, stopp. Erster Gang und schön langsam. Gut. Er hat es geschafft. Drei Mal. Da gibt es noch Ärgere. Schleiß. Aber zum Anfang, zum Üben, das ist okay. Jetzt muss man spüren, Kupplung und Gas. Wie viel Gas gebe ich, wie viel Kupplung die Rasse ich frei. Sonst kann es abstürzen. Da kommt die Nervosität und dann Autorinnen trotzdem noch weiter. Dennoch hat man vergesst die Handbremseanziehung. Ja. Dann ist das Autorinnen weiter runter bis zum nächsten Auto. Und dann kommen die Schaden zusammenzahlen mit 5.000 bis 10.000 Euro. So. Das wir brauchen nicht. Braucht niemand. Okay. So. Achtung. Verkehrstaffel. Stopp. Lass du frei. Stopp. Richtig. Und dann ganz schön langsam. So. Und das war für heute. Läkzio Numero 2. Ende. Fahrzeug zum Parkdecke. Klick da rechts. Weil du da warst. Du bist ja auf Burgestrasse. Ja. Klick da links. Machst du den Eingressverkehr? Machst du den Eingressverkehr? Oh, warte mal. Da steht jemand wie? Ja, das steht aussen. Ja, hier innen. Okay. Okay. Und machst du mit rückwärts zwischen dir einen von den zwei Parkplätzen. Du bist ja. Ja. Der ist ja innen, jetzt auf dem anderen. Okay. Wir kommen über den опытen. Wenn du schaust du diese Seite so weit, dann kannst du schon ruhig bis zum Maximum Lenkrad. Immer so magst du, du kannst aussteigen und dein Partner auch von anderer Seite, wenn gibt es Möglichkeit. Stabilisieren Fahrzeug, sehr gut. Jetzt muss ich die Waren schauen. So scheiße, eigentlich tun wir nicht. So. Ja, gut. Jetzt geht's das? Das ist doch gut. Das ist jetzt. Das ist das. Das ist das. Das ist das.